Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, liebe Fußballfreunde, liebe Bundesliga-Freunde. Es ist der vorletzte Spieltag, der 33. Falls wir alle nicht zählen können. Hamburg muss zu Hause gegen den VfL Wolfsburg ran. Beide Teams haben gewisse Probleme. Hamburg mit dem Problem, wir müssen mit der absoluten B-Mannschaft spielen. Und Wolfsburg einfach mal so, bei uns läuft es diese Saison auch nicht so richtig. Schip-Lock! Trash kann das Ding aber auch nochmal abwehren. Aber sonst läuft es irgendwie gar nicht so wirklich. Obwohl man am Ende natürlich sagen muss, die Platzierung bringt die Hamburger auf jeden Fall schon mal etwas. So, jetzt mal, jetzt mal. Hier, hier, der neue Mann. Oh! Benayo. Da hätte er mal vielleicht die Flanke bringen müssen. Und wir begrüßen natürlich auch mit etwas Verspätung am anderen Kommentatorenplatz, Markus, der von uns zu IDK. Hallo, ich bin meine Freunde. Jo, also hier, der Monsieur Zocker hat alles Wichtiges gesagt. Und ja, die erste Chance für Hamburg, aber kein Tor, dafür eine Ecke. Die kann gefährlich werden, aber Benayo ist da. Der alte Schip-Lock, er darf mal wieder ran. Er muss mal wieder ran. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe das Spiel gegen Mainz gar nicht gesehen. Was war nun mit Olic? Ich habe bei Kicker gelesen, er ist mitgefahren. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Ja, ich habe es auch nicht angeschaut. Aber ich habe auch was zu tun, das kann ich nicht leugnen. Ja, sehr gut gemacht, der von Gokosaka gegen Apfelschürle. Apfelschürle. Aaron Hunt schießt das Ding, er ist Marc Katscha, wunderschön, aber... Oh, oh, das war aber eigenverschulden, liebe Jungs. Da habt ihr euch ineinander gefunden. Wie geht es? Oh mein Gott, der war so gefährlich wie Mamas Apfelkuchen im Sommer. Okay, den muss man nicht verstehen. Oh mein Gott, was war das denn, Alter? Schippi, du Hore, was machst du? Wie verziehst du den jetzt? Der war grauenhaft. Der war so grauenhaft wie Mamas Bolognese im Sommer. So, jetzt nochmal, jetzt nochmal, jetzt nochmal. Die Schock durch uns. Geh weg! Geh weg! Oh! Oh, nein! Hamburg dominiert ein und ich hier das Spiel. Wolfsburg mit einem schlechten und langsamen Spielmann, nämlich fast Ostvorne. Die Leute hasst sich ja. Ach, Nüring, wo noch nicht im Obseins? Aber ihr habt halt immer noch Penalio, ne? Ist halt... Als ob sich die Wolfsburger das leisten könnten. nein von den weisburgern und maximilian arnold vollstreckt nach vorlage wir in jahrs wot rovni oder wer auch immer im freu ist so gesagt Adler ist verletzt nein da ist noch eine gewisse chance bestimmt noch der das machen kann er tunnelt mich egal auf jeden fall unverdient führen die weisburger aber 10-0 ja das ist wieder das ist typisch hamburger klar dominierter gibt es erstmal die gelbe karte hübschwer jetzt mal dem maulen Nein. Oh, oh, oh. Quatsch, Blöcke. Quatsch. Da spielt der Chiru mit einem schönen Trick aus. Aldo. Gut abgefangen und dieser Pass, wo geht der hin? Oh, oh. Nein, Chippy. Chippy, was machst du schon wieder? Ich muss Chippy rausnehmen. Das mit Chippy wird heute nichts. Oh, oh, schöne. Hey, auf der Boden nicht. Foul. Oh, 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 oh. Das gibt rote Garte. Das gibt rote Garte. Tschüss für diese Saison. Mach's gut. Und was? Wie bitte? Alter, der hat mich voll vor den Locken gezogen. Von hinten. Von hinten. Er wollte Annalisa. Guck dir das an, Alter. Was? Der Ball war schon weg. Von hinten. Digge, der Ball war weg gewesen. Er ist von hinten in die Beine. Hallo? Lies doch noch mal die FIFA-Regel, du Noob. Boah, lest du mal. Du Noob. Der Scheiß-Regel, Alter. Und jetzt, Alter, lese mal die Steuerung von Kiefer durch und drück mal auf Weiter. Hahaha. Okay, was machen wir jetzt? Komm, wo? Er kommt jetzt, er passt da hin und dann grätsche ich ihn weg. Ah, er war gar nicht so schlecht gewesen. Ja, aber nicht drin. Höchstens nichts. Arnold, scheiße. Voll gespielt. Jetzt gibt's rote Karte, Alter. Voll gespielt. Ja, er weiß nur, dass es rot gibt. Oh, hat er gerade einen Dicken gezeigt? Hat er gerade einen Dicken gezeigt? Ich glaube, liebe Leute, er hat auch nochmal einen Dicken gezeigt. Das war's für Hurri-Trash. Sehr schön. Zack. Hier gibt's die rote. Ja, ja, ja. Beim ersten Mal soll's nicht sein. Aber beim zweiten Mal trifft er ihn rein. Das ist unser Luis Holpi. Die kleine Granate. Die kleine Granate. Denn er frisst immer die Granaten von Renate. Ach ja. Ach komm, du musst noch ausschlafen, Mann. Ja, stimmt. Ich bin noch gerade aus der Nachtschicht gekommen. Arnold. Geist du weg. Das gibt auch eine rote Karte. Der Ball war schon weg. Der Ball war schon. Oh, Schlag. Gelb-Rot, du Hure. Und das auch noch für deinem Stürmer. Ah, 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 ah. Wolfsburg steht am Rande und morgen gehen sie einen Schritt weiter. Ah, 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 ah. Aber wie er noch eine ganze Zeit oben bleibt, ne? So richtig realistisch wie Fall, der Mann. Was das für ein Zusammenspiel wieder wird leider durch einen Fehlpass Hütterbrochen, DANTE, 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 der hat gesehen, der will sie noch mal spannend machen Arnold, der muss sie heute, der wird jetzt als Stürmer aushalten, auf jeden Fall Ja, Sky Bundesliga live geht jetzt hier erstmal in die Fabrikpause, ja, meine Fresse, meine Fresse, das wird noch ein Hammer-Spiel, ich sag's euch, liebe Leute, ich kann euch schon mal den Vorgeschmack auf das nächste Spiel geben, die Hertha, die Hertha, die ja diese Saison richtig tops waren, sind, man weiß nicht, jetzt am Ende sind sie ja nicht mehr ganz so weit oben, sie müssen gegen Darmstadt ran und ja, für Darmstadt wird's ganz schwierig, Hertha muss da drei Punkte holen, um wieder weiter oben mitmischen zu können und ja, bleiben wir aber noch ganz kurz hier in der Volksparkstadion-Arena, wollte ich immer sagen, ich will immer Arena sagen, keine Ahnung, wir haben 100% Schussgenauigkeit, hm, kann man nicht so wirklich sagen, gab erst ein Schüsschen aufs Tor, gut, okay, das war auch drinnen gewesen, muss man natürlich auch mit ansehen, aber trotzdem, Hamburg mal wieder nach langer Zeit wieder im höheren Ballbesitz, ja, Zweikämpfe sind genauso, aber die Fouls, die Wolfsburger, mit ihren Fouls, das war schon wirklich sehr hart, es gab schon zwei gelbe Karten und zwei Robben hatten und wie sie mitbekommen, der Trainer, der Wolfsburger, ja, er ist ein bisschen angespannt, weil er, äh, 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 weil sein Sohn Hurensohn heißt. Foul. 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 Rote Karte. Ahahaha. Nur gelb. Aber für Naldo, also das bedeutet, ich muss wieder definitiv mehr auf Naldo eingehen, damit er noch mal einen Foul macht. Ach, schönes Ding. Ach. haben wir jetzt mit einem Weltklasse-Drebling oh oh was ein Faul oh gar nicht gewesen Alter und jetzt hier wieder noch Passing noch ganz wie so eine Schwule es gibt keine Karte kann ich überhaupt nicht verstehen Rodríguez Abgefälscht Knapp vorbei, oh mein Gott oh Adler ja hat da Glück, dass der Ball nicht ins Tor geht weil der sich nicht mehr bewegt jetzt mit der Flanke da drin ist jemand oh Null Dramaschuss aber Adler hat ihn der eigentlich, der wahrscheinlich verletzt ist aber der Zocker ja wieder ein Bad Boys und jetzt muss jetzt tanze, tanze, tanze aber schlechte Flanke komm mal auf Baui oh 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 Baui Baui macht es noch Baselmui gut gemacht da von Shibi Shiplock oh ey das geht das nicht man weil ich du pflügst alle meine spieler vom feld und bekommst du fenix hey oh na dann spiel einfach so und dann kommunikation ist gustavo 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 oh bietet sich die Möglichkeit zum Schluss aber im letzten Moment kommen sie dazwischen oh oh die wollen auf jeden Fall das Match hier schon gewinnen vor allem weil es Hamburg ist und jetzt Schürrle schön macht er das schön und schön doof schön doof schön doof und wie geht es mit der Ecke Naldo nein er kommt nicht an und wieder eine einen Einwurf für Wolfsburg und den wollen sie schnell machen oh mein Gott dieses Zusammenspiel ehrlich Arnold was Arnold nein Idiot und jetzt steht noch mitgeschickt aber da muss bei Naldo raus und der hat den Ball da lässt er nichts anbrennen der Schweizer wir müssen jetzt erstmal auswechseln das geht so nicht weiter das ist doch da wird da nix mein Gott wieso müssen die Hamburger Schlappschwänze eigentlich immer einwechseln haben die keine Power oh Pfff das wollte ich jetzt gar nicht was wer kommt rein 11 Olic oh mein Gott da wird Dante und Naldo ein leichtes Spiel haben hat so ein Noob so ein Noob der alte Mann wird sich einfach stehen lassen sie werden nur noch die Rücklichter von ihm sehen Ja, der hat doch gar keine Richtlichter, Mann. Oh mein Gott. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Oh, wir reden ja auf engstem Raum. Setze das Dribbling an und jetzt Arnold. Oh mein Gott, dieses Dribbling von Arnold. Ja, er nimmt den Ball, Arnold. Ey, Arnold fällt einfach, was ist das? Gut gemacht, Ronaldo. Ja, die gehen jetzt hier in die Zweikämpfe rein. Eh, nichts mehr zu verlieren. Die brauchen hier eigentlich schon den Sieg. Oder wollen hier den Sieg. Der auch verdient ist, meiner Meinung nach. Und jetzt Dante, wieder geschubst. Und das würde ich mir nicht gefallen lassen. What? Finalio. Und jetzt Arnold. Und jetzt Olic. Da macht er es, der Super Olic in der 77. Minute. Er wurde dafür eingewechselt, was, wenn Schippi Locki nicht gepackt hat, nämlich die Abwehr zuhören und einfach mal ein bisschen schneller zu sein. Und dann eiskalt, eiskalt das Ding zu verwandeln. Iwak Olic, unser Held an der Nordseeküste. An der Nordseeküste. Dun, 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 dun. Am Plattdütschenstrand. Da, 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 da. Da, 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 da. Und dann geht der Olic. Da, 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 da. Ich bin ja einfach Adler nimmst. Das ist voll unfair, Mann. Ja, ja, genau. Schlagen halt in die Füße rein, Mann. und ist aggressiv so ein scheiß dreck was musst du denn jetzt schon wieder auswecken wir machen jetzt noch mal ein bisschen Verzögerungstaktik Verzögerungstaktik hin oder her, du verlierst sowieso nächstes Spiel Jungen ist auch verletzt, mann ne, bei mir war Jungen auf der Auswechslungbank da stand aber in dem Bericht, dass Jungen auch der einsatzfraglich ist ja, aber wie du siehst, alles gut bei Jungen Hashtag Hacker in die Kommentare er hackt sich hier zum Sieg die Nudel erstens Adler drin, der dann alles hält der denn alles hält der, der alles hält ja, ja alter, was soll denn das? das hörte, dass 13 zu 0 sein können, mann Choco trinkt immer was ein Pass der Annahme als ob das jetzt ein Foul von mir war gegen genau Gula Gula Wugui lässt sich natürlich nicht steuern den Aljo ist da haut obwohl ich nochmal in die Fresse rein hehehe das war nicht sehr gut nochmal der muss jetzt Birinia haben Birinia, die kleine, oh hey hey, ja, ja, genau lass den einfach hinfallen, dann gibt es 11 Meter weiter mein Gott du willst mich flippen was ist das für ein schlechter Pass, mann Desktop, oh mein Gott ja, André Apfelschülle ist auch so schlecht, wieder oh mein Gott, Penalio jetzt pfeif doch ab, du Hurensohn, alter Junge 5 ja, wie ein Kontroll Stadt spielt, weil er sonst nie ein Spiel gewinnt So ein Blöd, man. Alter, dafür gibt es jetzt noch die doppelte Runde. Gelb-Rot. Ne, ist das jetzt Givinho? Ne, hast du dann aber Glück gehabt. Ich dachte, das wäre Naldo. Die sehen fast gleich aus. Ja, guck dir die doch an, Hanno. Guck dir die doch an. Die sehen fast gleich aus. Beide sind schwarz. Beide haben Glatze. Jetzt rück weiter. Mein Gott, wie einfach die ganze Bälle vor... Boah, der wäre reingegangen, Dicke. Und wir gewinnen. Ja, Mann. 2 zu 1. Ich glaube auch, ich glaube auch wirklich, das ist morgen wirklich zu schaffen. Oder am Samstag spielen sie alle. Die spielen alle nur noch Samstag. Ich glaube, das ist zu packen. Es ist zu packen, das ist hochverdient. Ja, und wir verabschieden uns. Und hier nochmal. Der absolute Torschütze, der uns die drei Punkte gesichert hat. Iwak Ulic. Bis dahin, liebe Zuckerfreude. Und auch drei. Bis dahin. Boah. Boah.